Seit etlichen Tagen ist es bei uns schon relativ trocken gewesen und die nächsten Tage bleiben meist niederschlagsfrei. Wir bekommen es mit einer Blockadelage zu tun, mit einer sogenannten High-Over-Low-Lage. Und das heißt, nächste Woche, da liegt eher hoher Luftdruck in den Regionen, wo wir eigentlich ein Tief erwarten. Rund um Island, statt im Island-Tief gibt es dort oben ein Hoch. Und diese blockierende Wetterlage sorgt dafür, dass mehr und mehr die Tiefs nicht mehr bei uns vorbeiziehen, sondern eher hier unten über den Mittelmeerraum ziehen und dort eher wechselhaftes Wetter für alle Urlauber rund ums Mittelmeer bringen. Hallo und herzlich willkommen zum Osterwetter hier bei wetter.net. Und wir schauen uns mal an, was bedeutet diese Wetterlage für das Wetter bei uns in Deutschland. Und die bedeutet weiterhin erstmal viel Trockenheit. Das hier ist die Regensumme für Europa und zwar bis nächste Woche Samstag nach dem amerikanischen Wettermodell. Und wir sehen genau hier in Deutschland, aber auch nördlich von uns, da bleibt es überwiegend niederschlagsfrei. Dagegen hier im südlichen Europa zum Teil heftiger, kräftiger Regen, auch hier über dem Mittelmeerraum. Da wird es richtig nass werden und auch stellenweise hier im östlichen Mittelmeerraum und über Osteuropa. Aber bei uns, da herrscht erstmal gehende Leere in Sachen Niederschläge. Das heißt, das trockene Wetter geht hier weiter. Und das bestätigt uns auch nochmal die Ensemble-Prognose und zwar bis zum 24. April für die Mitte des Landes. Das hier ist die Ensemble-Prognose in Sachen Niederschlagsumme und wir sehen, da fällt eigentlich fast nichts vom Himmel. Im Mittel mal so ein oder zwei Liter Niederschlag pro Quadratmeter bis zum 24. April. Und selbst die Ausreißer, die schaffen es maximal auf fünf oder sechs Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Und das ist wirklich schon verschwindend gering. Und heute am Ostersonntag sind wir sehr kalt gestartet in diesem Tag, aber es wird freundlich werden und die Temperaturen steigen zumindest zeitweise über die 15 Grad Marke. Es wird aber nicht so warm werden wie in der vergangenen Woche, denn der Wind kommt eben nicht mehr aus Südwesteuropa, sondern eher aus nördlichen, nordöstlichen Richtungen zu uns. Und das Hochspiro, das sorgt für reichlich Sonnenschein. Und das zeigt uns auch die Wetterkarte vom heutigen Ostersonntag. Ein toller Tag mit viel Sonnenschein, ab und zu ein paar harmlose hohe Wolkenfelder unterwegs. Im Norden so 12 bis 15 Grad, in der Mitte 15 bis 17 Grad und hier am Rhein auch teilweise mal bis zu 18 Grad. Also ideales Wetter für einen Ausflug, für einen Spaziergang. Aber bitte an Sonnencreme denken, wenn man längere Zeit draußen unterwegs ist. So eine leichte Sonnenbrandgefahr ist da auch aktuell schon gegeben. Also bitte Sonnenschutz besser ein bisschen mehr auftragen. Die kommende Nacht dann zum Ostermontag fällt teilweise wieder kalt aus. Wir sehen hier Temperaturen bis zu minus 1 Grad. Also Luftfrost ist hier am Osten des Landes möglich. Sonst die Nachttemperaturen 5 bis 0 Grad. Verbreitet kann es also Bodenfrost geben. Das Wetter am Ostermontag sehr freundlich. Nochmal sehr viel Sonnenschein. 11 bis 13 Sonnenstunden, das Ganze bei 13 bis 19 Grad. Und auch der Dienstag viel Sonnenschein. 14 bis 19 Grad und diese blockierende Wetterlage geht auch am Mittwoch weiter. Reichlich Sonnenschein bei 14 bis 19 Grad. Nur im Norden ziehen später ein paar harmlose Wolkenfelder vorüber. Wie geht es in der zweiten Wochenhälfte weiter? Nun es bleibt im Grunde alles beim Alten kaum. Niederschläge in Sicht, mal Wolken, mal Sonnenschein. Temperaturen 12 bis 19 Grad am Donnerstag, 13 bis 19 Grad am Freitag. Und der Samstag bringt Höchsttemperaturen um die 13 bis 20 Grad. Dann kann hier aus Südeuropa auch mal ein bisschen Regen hereinziehen in den Südwesten des Landes. Das ist aber noch mit einem Fragezeichen versehen. Und wir sehen auch weiterhin, es wird nicht so richtig extrem warm. Also die Temperaturen liegen relativ normal für die aktuelle Jahreszeit, so um die 15 Grad. Im Südwesten etwas darüber, im Norden etwas darunter. Das liegt einfach daran, dass mehrheitlich die Luftmassen hier aus östlichen, nordöstlichen Richtungen zu uns kommen. Und deswegen bleibt es da auch erstmal moderat, was die Wärme angeht. Also 25 Grad sind erstmal nicht in Sicht der nächsten Woche, aber eben auch keine Temperaturen um oder unter 0 Grad. Nochmal mit Schneefällen bis in tiefe Lagen. Und eben die Trockenheit, die ist sehr, sehr ausgeprägt. Das ist die frische Berechnung vom deutschen Wettermodell. Die Regen summen und zwar bis Donnerstag nächste Woche, den 21. April. Und wir sehen, da fällt fast nichts vom Himmel. Nur so ein bisschen was hier im Nordosten und im Osten, Entschuldigung, des Landes und hier teilweise im Südosten. Aber ansonsten sehen wir hier eher eine sehr, sehr große Trockenheit. Ja, und das amerikanische Wettermodell bestätigt das Ganze nochmal. Bis in einer Woche, der Montag, ist da nichts zu sehen. Hier in weiten Landesteilen 0, das heißt kein Regen in Sicht. Nur hier im Westen und Südwesten ein bis sechs Liter Niederschlag pro Quadratmeter. An der Grenze zu Frankreich und Benelux vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Aber auch da sind immer noch die Unsicherheiten mit dabei. Also viel Niederschlag ist das nun wirklich nicht. Der Blick auf die Ensemble-Vorhersage und zwar für Norddeutschland bis zum 1. Mai. Wir schauen mal hier auf die Ensemble-Prognose vom europäischen Wettermodell. Die rote Linie markiert das Mittel aus allen aktuellen Berechnungen. Gerade mal zehn Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Alles aufsummiert bis zum 1. Mai. Viel ist das innerhalb 14 Tagen nicht wirklich. Und wir sehen auch erstmal bleibt es trocken bis zum 22. April. Und die Streuung, die ist relativ groß. Einzelne Ausreißer weiter rauf. Teilweise bis 35 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Aber auch ganz viele Ausreißer hier unten, die sehen gerade mal ein, zwei, drei, vier oder fünf Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Zwei, drei Läufe sehen sogar gar nichts. Nichts bis zum 1. Mai Trockenheit in Norddeutschland. Die rechnen damit, das Hoch bleibt stabil, das Hoch blockiert und es bleibt bei diesem trockenen Wetter. Wir schauen nach Westdeutschland. Auch hier erstmal keine große wechselhafte Wetterlage zu erkennen. Da sehen wir schon hier bei den Temperaturen in zwei Metern Messhöhe um die 15 bis 18 Grad im Norden des Landes. Und ein recht gleiches, stabiles Niveau bis zum 2. Mai. Das hier ist jetzt die Ensemble-Prognose vom amerikanischen Wettermodell. Und auch im Westen, da sehen wir insgesamt nur wenige Niederschlagssignale bis zum 2. Mai. Auch da geht es eher überwiegend trocken weiter. Wir schauen nach Ostdeutschland, dieses Mal auf die Temperaturen in 1.500 Metern Höhe. Und auch die sind eigentlich über weite Strecken sehr eng beieinander. Also normalerweise ist ja eine große Streu nach oben, nach unten ganz wild. Aber dieses Mal ist das Ganze doch ziemlich gebündelt bis zum 2. Mai. Diese braune Linie ist hier das Klimamittel der Jahre 1981 bis 2010. Da liegen wir aktuell leicht darunter, aber dann geht es ein bisschen rauf. Und dann bleiben diese beiden Linien ziemlich gleich und das bis zum 2. Mai. Da gibt es ein paar Ausreißer nach unten, dann später erst ab dem 30. April, 1. Mai. Aber wie gesagt, das ist wirklich nur eine Minderheit und auch sehr spät in der Ensemble-Prognose. Das können wir eigentlich alles erstmal vernachlässigen. Bis wir dahin kommen, sind die Würfel beim Wetter schon wieder völlig neu gemischt worden. Und wir schauen hier auf die Niederschläge bis zum 2. Mai im Osten des Landes. Auch relativ wenig in Sicht. Hier und da mal ein paar ganz zaghafte Signale bis zum 2. Mai. Also viel Regen kommt da auch nicht vom Himmel bis zum 2. Mai im Osten des Landes. Wir blicken auf die Ensemble-Prognose für Süddeutschland. Und zwar ebenfalls bis zum 2. Mai. Hier auf die Temperaturen in 2 Metern Messhöhe. Und da geht es auch rauf, langsam auf Werte um die 15 Grad. Aber da bleiben wir auch meist. Also deutlich wärmer, 20 Grad. Und darüber ist erstmal nicht in Sicht. Aber auch kein neuer Kälterückfall. Also nochmal ein Wintereinbruch mit Schneefällen bis in tiefe Lagen. Auch das sehen wir nicht. Relativ ruhiges Wetter. Und so eine stabile Temperaturgrafik, die deutet eigentlich darauf hin, dass da mehrheitlich ruhiges Wetter und dass es meist hoher Luftdruck beherrschend ist. Und das ist eben auch da unten zu sehen, dass es erstmal sehr lange wenig Niederschlag geben wird. Und die Signale auch wirklich schwach bleiben. Erst ab dem 26. und 27. April, da könnte es ein bisschen nasser werden. Da schwappt vielleicht mal was an Regen vom Mittelmeerraum rein in den süddeutschen Raum. Aber wie gesagt, auch das ist noch relativ unsicher. Es geht erstmal relativ niederschlagsarm weiter. Und wir schauen auch in die Mitte des Landes hier auch auf die 2 Meter Temperatur. Auch hier meist so um die 12 bis 15 Grad. Und das auch hier bis Anfang Mai. Keine großen Sprünge nach oben, aber eben noch keine großen Ausreißer nach unten. Und hier gilt auch in der Mitte des Landes erstmal relativ wenig an Regen bis zum 24. und 25. April. Erst ab dem 27. und 28. April, da sind mal ein paar Niederschlagsignale mit dabei. Aber wie gesagt, das ist noch viel zu weit hin. Daraus kann man eigentlich nichts ablesen. Sicher ist erstmal nur dieser Bereich hier die ersten drei bis fünf Tage. Und die zeigen eben erstmal sehr trockenes Wetter. Und da müssen wir abwarten. Was macht das hoch? Ich habe die Befürchtung, es läuft so ein bisschen wie im März mit dieser ständigen Verschieberitis. Ihr erinnert euch noch, immer wieder wurde Regen berechnet. Und das Ganze wurde immer weiter nach hinten geschoben. Das Hoch blieb stabil und es blieb einfach liegen. Genau das könnte vielleicht auch jetzt wieder passieren in den nächsten fünf bis zehn Tagen. Ich bin gespannt. Wir bleiben natürlich dran hier beim Wetter von Wetter.net für euch. Und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Und natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal Wetter.net auf YouTube. Und jetzt natürlich euch allen ein schönes Osterfest. Ich hoffe, ihr seid nicht zu kalt in diesen Ostersonntag gestartet. Da war es ja oder ist es aktuell ziemlich frisch draußen. Auf jeden Fall zwei erholsame Osterfeiertage wünsche ich euch und Tschüss. Bis zum nächsten Mal beim Wetter hier bei Wetter.net.